Wie du Geld für dich arbeiten lassen kannst. 5 Tipps von Morgan Hause Wir alle können auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden sein. Wir haben vielleicht sehr unterschiedliche Interessen, Ängste und Hoffnungen. Wenn wir das Wort Geld hören, hat jeder von uns eine andere Reihe von Gedanken und Gefühlen. Wir müssen die Psychologie des Geldes verstehen, um unsere Gefühle in Bezug auf Geld zu erkennen. Finanziell erfolgreich zu sein, hat nichts mit Intelligenz, mathematischen Fähigkeiten oder Bildung zu tun. Es ist alles eine Frage der Gewohnheit und der eigenen Vorlieben. Nun, da du die Bereiche identifiziert hast, auf die du dich konzentrieren willst, ist es an der Zeit, einige positive Veränderungen in deinem Leben zu schaffen. Du kannst damit beginnen, indem du alle drei Dinge einsetzt. Dein Gehirn, deine Ideen und deinen Willen. Die Beziehung zwischen deinen Gedanken und der Art und Weise, wie du mit Geld umgehst, hat einen großen Einfluss darauf, wie finanzielle Probleme letztendlich gelöst werden. Deine finanziellen Entscheidungen können sich entweder positiv oder negativ auf dein Leben auswirken. Du könntest reich werden, indem du einfach verantwortungsvoll lebst. Wie Morgan Housel sagt, ist finanzieller Fortschritt keine exakte Wissenschaft. Es handelt sich um eine Reihe von Soft Skills, bei denen das Auftreten wichtiger ist als das Wissen. Hier sind nun fünf wichtige Erkenntnisse aus der Psychologie des Geldes und des Reichtums. Erkenntnis Nummer 1. Nichts ist umsonst. Wie bei allem hat auch hier alles seinen Preis. Die Kosten herauszufinden, um bereit zu sein, sie zu zahlen, ist für viele Menschen die Lösung für finanzielle Probleme. Die Kosten sind oft unklar, bis man die Erfahrung gemacht hat. Du hörst von vielen Leuten den Ratschlag, Aktien langfristig zu halten. Das mag ein guter Rat sein, aber wenn die Aktienmärkte ständig fallen, kann es schwierig sein, die langfristige Perspektive zu behalten. Erfolgreiche Investitionen sind mit einem gewissen Risiko verbunden, genau wie die meisten anderen wichtigen Unternehmungen. Aber es hängt nicht von Euro und Cent als Währung ab. Volatilität, Angst, Zweifel, Ungewissheit und Bedauern sind einige der Merkmale, die dazugehören. Es ist leicht, diese Dinge zu ignorieren, bis man sich in der Gegenwart mit ihnen auseinandersetzt. Angenommen, du brauchst eine neue Uhr und möchtest eine, die schön genug ist, um deine Kumpels und das Mädchen, mit dem du zusammen bist, zu beeindrucken. Du beschließt, in den Laden zu gehen, um dir die Uhr anzuschauen. Du bist sportlich, also kannst du entweder die Uhr kaufen oder sie nehmen und weglaufen. Unabhängig davon, ob du sportlich bist oder nicht, musst du dich für die erste Option entscheiden. Du würdest deine Bankkarte zücken, weil du weißt, dass das eine moralische Entscheidung ist und weil du weißt, dass der Kauf einer neuen Uhr seinen Preis hat. Wie alles andere ist auch das Investieren nicht kostenlos. Wie bei jedem anderen Produkt musst du den Preis bezahlen. Du musst dich selbst davon überzeugen, dass sich eine Investition in den Markt lohnt. Du musst das Risiko und die Volatilität des Geschäfts als normal akzeptieren, sonst wirst du nicht in der Lage sein, es effektiv zu managen. In turbulenten Zeiten ist es wichtig, dass du in der Lage bist, finanzielle Verluste so gut wie möglich zu verkraften. Wenn du es nicht verkraften kannst, dass dein Vermögen in einer einzigen Woche um einen beträchtlichen Betrag, zum Beispiel 20% sinkt, solltest du vielleicht noch einmal überdenken, was du mit deinen Investitionen erreichen willst, denn dieser Trend könnte sich in Zukunft fortsetzen. Volatilität kommt bei allen Anlegern irgendwann einmal vor. Betrachte sie als den Preis, den du für zukünftigen Erfolg zahlst. Erkenntnis Nummer 2 Keiner ist verrückt Wenn jemand finanzielle Entscheidungen trifft, rechtfertigt er sie auf der Grundlage des Wissens, das er zu diesem Zeitpunkt hat. Er hat ein eigenes, gedankliches Bild davon, wie das System in seinem Kopf funktionieren wird. Die Menschen machen verrückte Dinge mit ihrem Geld, aber niemand ist deswegen verrückt. Die Sache ist die, dass verschiedene Menschen aus verschiedenen Generationen in unterschiedlichen Umgebungen aufgewachsen sind. Ihr Hintergrund kann sehr unterschiedlich sein. Manche Eltern haben einen hohen sozioökonomischen Status, andere kommen aus armen Verhältnissen. Die Menschen erleben unterschiedliche Arbeitsmärkte mit unterschiedlichen Motivationen und haben unterschiedlich viel Glück. All dies führt zu sehr unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Was dir verrückt vorkommt, kann für mich völlig sinnvoll sein. In der Praxis würden Anleger ihre Portfolioentscheidungen auf der Grundlage der Merkmale ihrer Ziele und der verfügbaren Anlagemöglichkeiten treffen. Menschen verhalten sich jedoch in der Regel nicht auf diese Weise. Wirtschaftswissenschaftler glauben, dass die langfristigen Investitionsentscheidungen der Menschen von Ereignissen in ihrer eigenen Generation beeinflusst werden. Dies gilt insbesondere für die Ereignisse in den ersten Jahren des Erwachsenenalters. Sie wuchsen auf und hatten andere Vorstellungen von finanzieller Stabilität. Daher kann die Sichtweise, dass etwas in einer Gruppe lächerlich ist, in einer anderen völlig vernünftig sein. Nicht viele Menschen treffen finanzielle Entscheidungen nur mithilfe einer Tabellenkalkulation. Diese Menschen tun dies in der Regel zu Hause, beim gemeinsamen Abendessen oder während einer Geschäftskonferenz. Orte, an denen Menschen eine eigennützige Erzählung konstruieren können, die auf ihrem eigenen Hintergrund, ihrer Weltsicht, ihrem Ego, ihrem Stolz, ihrem Marketing und seltsamen Anreizen beruht. Der einzige narrensichere Weg, um in einer Welt, in der die Chancen gegen einen stehen, erfolgreich zu sein, besteht darin, einen gewissen Spielraum für Fehler einzuräumen, den man auch als zusätzliche Sicherheit oder Redundanz bezeichnen kann. In einer solchen Welt hat alles, was mit Geld zu tun hat, eine Chance zu existieren. Wir sollten uns mit der Idee anfreunden, Fehler zu machen. Was dir Ausdauer gibt, könnte die Diskrepanz zwischen dem sein, was du dir für die Zukunft wünschst, und dem, was heute geschieht. Mit der Zeit schafft Geduld die Möglichkeit, dass der Zinseszins seine Wirkung entfaltet. Die Bereitschaft, sich darauf einzustellen, dass die Dinge nicht so laufen wie geplant, ist der wichtigste Teil der Strategie. Du solltest nie all deine Chips auf einmal setzen. Niemand kann sich wirklich darauf verlassen, dass die Welt es immer gut mit einem meint, deshalb ist es wichtig, einen gewissen Spielraum für Fehler zu haben. Es ist wichtig, sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass deine Pläne nicht aufgehen könnten. Einige der am besten gemeinten Ideen der Geschichte haben sich als schrecklich erwiesen, wenn sie überstrapaziert oder auf die Spitze getrieben wurden. Es ist eine kluge Idee, einen gewissen Spielraum für Fehler zu haben, denn das bedeutet, dass du weißt, dass Variabilität, Unerwartetes und Möglichkeiten alles Unbekannte sind und immer ein Aspekt des Lebens sind. Der einzige Weg, dies zu überwinden, besteht darin, die Kluft zwischen dem, was man erwartet, und dem, was in der Realität passieren kann, zu vergrößern. Und das alles, während man an einem anderen Tag weiterkämpft. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir Fehler vermeiden können. Die eine ist der Glaube, dass jemand wissen muss, was die Zukunft bringt, und zwar aus dem unangenehmen Gefühl heraus, dass mit der Annahme der gegenteiligen Annahme einhergeht. Die andere ist, dass man sich selbst schadet, wenn man nicht im Voraus Maßnahmen ergreift, um die Zukunft, die man sieht, Wirklichkeit werden zu lassen. Die Vermeidung einzelner Fehlerquellen ist eine Methode, um sich vor Schäden zu schützen. Alles, was zerbrechen kann, wird auch zerbrechen. Das ist der Lauf des Lebens. Die Tage, bis du ein Problem hast, werden kurz sein, wenn mehrere Faktoren vom Ausfall eines einzigen Punktes abhängen. Das ist eine riesige einzelne Fehlerquelle. Anders ausgedrückt, der größte Fehler im Umgang mit deinem Geld besteht darin, dass du dich allein auf dein Gehalt verlässt, um die laufenden Lebenshaltungskosten zu decken, ohne Ersparnisse, die dir in schwierigen Zeiten helfen. Erkenntnis Nummer 4 Man hat nie genug Genug heißt nicht zu wenig. Sobald du erkennst, dass dein Durst nach mehr nur zu Enttäuschungen führen kann, ist der Moment gekommen, in dem du genug sagst. Ein starkes Verlangen nach Erfolg kann von dem Bedürfnis angetrieben werden, die Menschen im unmittelbaren sozialen Umfeld zu übertreffen. Es ist großartig, wenn wir uns motiviert fühlen, zu wachsen und uns zu verbessern, aber es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der Druck, sich mit anderen zu messen, dazu führen kann, dass wir denken, dass wir nie genug bekommen. Schau dir ein paar Statistiken an. Wie du siehst, braucht man ein Jahresgehalt von etwa 50 Millionen Euro, um zu den obersten 1% der Verdiener in den Vereinigten Staaten zu gehören. Ein hochqualifizierter Arzt, sagen wir mal John, verdient mehr als genug. Er ist wohlhabend. Er kann sich teure Autos und lohnende Reisen leisten, monotone Aufgaben auslagern und so weiter. John war mit seinem finanziellen Erfolg zufrieden, bis er ein Ferienhaus in den Hamptons kaufte und Adam kennenlernte. Adam ist der CEO eines großen Unternehmens und verdient 10 Millionen Dollar pro Jahr. Man sollte meinen, dass Adam angesichts seines jüngsten finanziellen Erfolgs glücklich sein würde. Aber nein. Er ist Michael Jordans ehemaliger Jugendfreund und ein mehrfacher All-Star in der NBA. Und während Michael ein Nettovermögen von über 2 Milliarden hat, sieht Adams Jahresgehalt von 10 Millionen im Vergleich dazu wie Kleingeld aus. Es gibt immer einen größeren Fisch. Wir Menschen haben ein ernsthaftes Problem damit, unser Leben mit dem anderer Menschen zu vergleichen. Jeder hat seine eigene hohe Hürde für das, was er als Erfolg im Leben bezeichnen würde. Dies ist einer dieser Konflikte, die man nicht lösen kann. Der einzige Weg, diesen Konflikt zu lösen, besteht wahrscheinlich darin, die Niederlage zu akzeptieren und zuzugeben, dass man vielleicht genug hat. Wenn auch weniger als andere. Du solltest nicht riskieren, was du hast, um etwas anderes zu bekommen oder um mehr von dem zu bekommen, was du hast. Erkenntnis Nummer 5 Die Verlockung des Pessimismus Du wärst sicher fasziniert, wenn ich dir eine Liste mit allen Gründen geben würde, warum der Markt im Laufe dieses Jahres fallen könnte. Angesichts der enormen US-Staatsverschuldung der Konjunkturprogramme, die zu einer Rückkehr der Inflation führen könnten und des Auftauchens neuer Arten von Rinderwaren sind in anderen Ländern. Wenn ich stattdessen Beweise dafür anführen sollte, warum die Dinge besser geworden sind und wahrscheinlich auch weiterhin besser werden, würde ich Dinge wie die gestiegene Lebenserwartung der Menschen auf der ganzen Welt nennen. Die Kosten für erneuerbare Energien sinken ebenso wie das exponentielle Wachstum von Computersystemen. Du könntest mit den Schultern zucken und zweimal darüber nachdenken. Wie kommt es, dass die Pessimisten so klug und die Optimisten so naiv zu sein scheinen? Laut Daniel Kahneman, dem Autor von Thinking Fast and Slow, überwiegen die Verluste die Vorteile, wenn zwei Möglichkeiten im direkten Vergleich abgewogen werden. Die Überlebens- und Reproduktionsrate ist bei Organismen, die Risiken gegenüber Chancen bevorzugen, tendenziell höher. Wir schenken den Pessimisten nicht nur aus evolutionären Gründen mehr Aufmerksamkeit, sondern auch, weil Rückschläge im Allgemeinen viel häufiger sind als Fortschritte. Fortschritte brauchen Zeit, aber Rückschläge können über Nacht eintreten. Tragödien und Misserfolge ereignen sich oft innerhalb relativ kurzer Zeitspannen, was es den Menschen erleichtert, daraus eine überzeugende Geschichte zu machen. Um eine optimistische Geschichte über die Zukunft zu erzählen, müssen wir größere Zeithorizonte berücksichtigen. Oft wird ein Thema weniger dramatisch und vager. Viele Menschen finden Pessimisten faszinierender als Optimisten. Wenn du zu diesen Menschen gehörst und es dein Ziel ist, ausgewogenere Zukunftsaussichten zu haben, dann könnte dir das einen Vorsprung verschaffen. Wie Hans Rosling sagen würde, die Welt ist besser, als du sie dir vorgestellt hast. Es ist also nicht möglich, an der Börse erfolgreich zu sein, ohne ein gewisses Maß an Unsicherheit zu erleben. Neid ist eine der sieben Todsünden, die man nicht haben sollte. Es ist eine schlechte Idee, das, was man braucht, gegen etwas einzutauschen, das man nicht braucht. Die Standpunkte könnten unterschiedlich sein, was zu mehreren Handlungsoptionen führen kann, die vernünftig oder logisch erscheinen. Anstatt Katastrophen vorherzusagen, solltest du dich sowohl finanziell als auch emotional vorbereiten, damit du sie überleben kannst. Du solltest vorsichtig sein, wenn du dich zu Investitionen beraten lässt. Mach dir bewusst, dass du Gefahr läufst, deinen Überlebensinstinkt zu folgen, der eher auf Pessimismus als auf Optimismus ausgerichtet ist. Wenn du mehr Videos zum Thema Vermögensaufbau sehen möchtest, abonniere unseren Kanal und drücke den Gefällt-mir-Button. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!